Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Infovideo und zwar möchte ich einfach nur ganz kurz und knapp darüber informieren, dass der gute Ferb und meiner, einer der Ray hier vom Pixel-Helden-Kanal dieses Wochenende am Nürburgring ist. Da findet nämlich die sechs Stunden des Nürburgrings statt im Zuge der WEC und ja, da sind wir vor Ort und vielleicht ist der ein oder andere von euch ja auch anwesend und ja, vielleicht kann man sich ja treffen oder läuft sich zufällig auch über den Weg und ja, wäre auf jeden Fall cool. Also wie gesagt, wir sind da auf jeden Fall vor Ort und ihr könnt uns ansprechen und wir können plaudern über alles mögliche, einfach mal so wirklich so von Auge in Auge und so oder von unseren beiden Augen, in deine beiden Augen, ja, weiß Bescheid, ne? Und ja, wir werden auf jeden Fall über die Tage, denke ich, gerade auf Instagram und auch, denke mal, auf Facebook so ein bisschen immer informieren und ein bisschen so zwischeninformieren, wo wir gerade sind und ja, wie es so geht und ja, also das heißt, wenn du auch da bist und gerade wissen willst, wo wir gerade uns so befinden auf der Rennstrecke, dann ja, check einfach mal die Social-Media-Plattform, wie gesagt, Instagram hauptsächlich, denke ich mal, oder auch Facebook, mal gucken, ja, ein bisschen aus, dann kannst du da einfach mal ein bisschen schauen, wo wir gerade unterwegs sind. Oder halt für die Leute, die nicht vor Ort sind, könnt ihr uns natürlich da auch folgen und so ein bisschen dann miterleben, wo wir gerade sind. Wir wurden auch schon gefragt, ob wir vielleicht ein Vlog oder sowas darüber machen, das machen wir nicht, weil wir ja noch keine Kamera haben, ähm, ist ja fest geplant, diese Kamera, aber kostet leider viel Geld und da müssen wir gerade noch ein bisschen sparen und dann aber wird in Zukunft, wenn wir auf solche Veranstaltungen gehen, dann auch vielleicht so ein bisschen das in Videoform festhalten können. Egal, ja, also, mehr wollte ich eigentlich nicht sagen, wir sind vor Ort, Ferb und meiner 1 sind da, wir werden, wie gesagt, auf der Social-Media-Plattform ein bisschen informieren und wenn ihr auch vor Ort seid, könnt ihr es gerne einerseits in die Kommentare schreiben, dann wissen wir schon mal, ah, okay, da sind echt ein paar Leute da, würde mich auf jeden Fall schon mal im Vorfeld interessieren. Und, ähm, ja, wie gesagt, wenn wir uns treffen sollten, sehr, sehr gerne einfach anquatschen auch, also, wenn ihr uns seht, ja, wir wissen nicht, dass ihr Zuschauer seid oder dass du Zuschauer bist, du weißt es eher andersrum, eher besser, das heißt, einfach anquatschen, also, wir sind da super, super lockere Jungs, so, wie wir eigentlich hier auf dem Kanal eigentlich auch sind und, äh, gar kein Thema, also, da gar keine Angst oder sowas, Berührungsängste haben, also, kannst du gerne auch da mit uns abhängen und so weiter, gar kein Thema, wäre auf jeden Fall eine lustige Sache, würde mich freuen und, ähm, ja, jetzt bin ich aber raus, mehr wollte ich auch gar nicht sagen, ich freue mich aufs Wochenende, ich freue mich auf euch, wenn ihr da seid und, äh, ja, bis dann, tschaui!